Kannst du dir ganz kurz vorstellen, wie hörst du, woher kommst du und was machst du heute beim Casting? Hallo, ich bin Gina Derich, ich bin 19 Jahre alt, ich habe hier die Schule abgeschlossen, warte jetzt noch ein bisschen auf die Matura und singen ist meine Leidenschaft, genauso wie Gitarrenspieler und ich wollte mir einfach mal ein professionelles Feedback einholen, wie es auch gut und ja. Was hättest du für einen Traum, was würdest du unbedingt erreichen? Wird du in einer Serie mitspielen oder in einer Castingshow mitmachen? Also mein Traum ist es auf alle Fälle von der Musik lernen zu können, irgendwann einmal. Ich habe noch schon von Musik studiert und ich möchte einfach auch mir selber weiter schaffen, dass ich einfach den Traum verwirklichen kann. Mit welchem Talent sind Sie heute beim offenen Casting? Eigentlich für alles, ich möchte gerne modellen, ich möchte gerne schauspielen, ich möchte gerne singen, also einfach, ja, Mädchen, die alles machen. Können Sie vielleicht ganz kurz einen Tauner singen, dass wir mal hören, was Sie alles drauf? Ja, natürlich. Ich singe mal, was singe ich denn jetzt? Ich singe jetzt einfach von meinem eigenen Titel, wo ich habe, oder? Alter. Hallo, hat mich jemand, hallo, ist jemand hier? Hallo, sieht mich jemand, meine Seele, sie friert. Hallo, hat mich jemand, hallo, ist jemand hier? Hallo, sieht mich jemand, meine Seele, sie friert. Super, toll. Und was erwarten Sie sich jetzt von dem Casting, wenn Sie groß rauskommen oder einfach mal Ihr Glück versuchen? Ich habe einfach gesagt, dabei sein ist alles und einfach mal schauen, was passiert und ja, ich lache mich überraschen. Mit welchem Talent bist du heute da? Schauspielerin, Darstellerin, Moderatorin, ja, mal schauen, was rauskommt. Was erwartest du dir für dein Casting? Ich bin bei dieser Agentur schon registriert, jetzt erwarte ich mir einfach eine neue Setcard und ja, einen Haufen Auftrag. Was für ein Talent hast du, was zeigst du heute vor beim Casting? Meine Stärken, ein bisschen Shootings in der Modelbranche. Kannst du dir mal ein bisschen was vorzusehen oder lieber nicht? Ein bisschen Posen oder so. Was erwartest du dir von dem Casting? Meine Stärken entdecken. Und willst du irgendwie Schauspieler werden oder in einer Sendung mitspielen? Ja, wieso nicht? Wenn das klappt. Das ist der Karma, ich bin TK und ich singe und rappe, wir machen zusammen Musik, er ist Rapper. Und heute präsentieren wir unseren eigenen geschriebenen Song. Ja, ich schaue mal, wie die Leute darauf reagieren. Wir sind ein bisschen aufgeregt natürlich, aber wir denken, es wird schon ganz gut an die Leute rankommen. Und was wollt ihr damit erreichen? Ein Auftritt in einer Casting-Show oder vielleicht auch die eigene Sendung? Ja, so sagt Thomas dazu. Ja, also eigentlich wollen wir Reichweite erreichen, eine Community aufbauen, dass wir Fans bekommen, die unsere Musik gerne supporten und unterstützen und vielleicht auch die ganz große Bühne. Ich bin Céline Sajeni, komme von Montafou und ich spiele Schauspiel in der Spielgruppe Let's Schau. Du wirst wahrscheinlich auch bei dem Casting jetzt als Schauspielerin vorher sprechen, oder? Ja, genau. Ich will das einfach mal ausprobieren, ob ich vielleicht weiterkomme, zum Beispiel in GZSZ oder sonst irgendwas, wo mir einfach Spaß macht.